Ich wünsche Ihnen, Gott, die Sehnte Nils-Morais. Ich wünsche Ihnen, Gott, die Sehnte Nils-Morais, von dir. Wir sollen haar nicht so. Gott, die auf uns leben, heißt die Eindanz, und heißt uns immer weiter geht. Und ich bin noch besonders dankbar, direkt der Helene hat Huffendale hier so die Botschaft zu bringen, was Gott mir auf dem Hort gelacht hat. Ich lasse hier so den Tagsahl. Und was meint das hier so vorher? Hier wird es, wo sie Jesus beschildern, und sie sehen, dass Jesus den Satan rüttriegt mit Satan. Wir würden den Vers 20 wiederlesen. Und der 23. Vers sieht er, und er sagt, wo er sich mit sich selbst einigen wird, kann er nicht bestimmen. Und dann sagt er, und wenn eine Hausfamilie sich spült, kann er so ein Haus nicht bestimmen. Und wenn er sich selbst absteht, und er sich selbst nicht einig ist, kann er nicht bestimmen. Und dann ist er dort mit ihm. Und ein starker Mann sein Haus kann keiner nennenberegten und stehlen, weil er den starken Mann nicht erspricht, und dann sein Haus erblendet. So, er redet hier so von, ein Haus kann nicht bestimmen. Er sagt, wo kann einzig jemand das andere gehen, das allmählich, das dort kann bestimmen. So, er nimmt hier so eine Familie an, er redet mit Glück, und er sagt, eine Hausfamilie wird never bestimmen bleiben, weil er sich woher aneinig ist. Und wenn eine Hausfamilie sich spült, kann so eine Hausfamilie nicht bestimmen. Und das ist von der, er sagt, die Gemeinschaft in der Familie, und das wird wie Brücken, die Gemeinschaft in der Familie. Das wird Gott sehen, sehr wichtig wäre, die Gemeinschaft zwischen Armen, Armen und Eifer, haben wir das wichtig, die Gemeinschaft, wo wir durchstehen, wo wir durch eure Hürden sind. So, wichtig ist eine Gemeinschaft, und das ist auch wichtig, dass ein Hausfamilie stunden bleibt. Das redet ich von, wenn ein Hausfamilie erfolgt hat, dann muss das stunden. Und wenn wir einen Erfolg haben, in unserer Familie, aus einer sehenden Familie, wo wir viele schöne Taten haben, in unserer Familie, dann braucht das ein Haus, wo du verbunden bist, und wo du stunden bist. Na, da sind viele Häuser von dir, die stunden gleich, da sind zwei Brücken, und du wirst ihn schaufen, dort nicht. Besonders der 27. Fall, sage ich, ein starker Mohn, in seinem Haus, kann keine Nernbrücken entstellen, wenn heute ein starker Mohn nicht erst bringt, und dann sein Haus überblendert. So, das meint so viel, ein Haus, wo du nicht stunden bist, ist auch kein starker Mohn, und wo ein starker Mohn ist, das ist eine gute Leitung, so, dass ich sage, das Haus kann nicht geblendert werden, weil die starker Mohn gebungen wurden. Und es werden viele Familiens von der Kürfe sagen, du darfst nicht mal die starker Mohn gebungen werden, du hast gleich ein starker Mohn, das Haus ist, das Haus kann sein, das ist geduld, das ist schwer, du hast nichts nicht zu bringen. Viele mal wunderte Menschen, worum hast du so viel Schwierigkeiten in der Familie werden, worum hast du das? Weil der das eindenkt, willst du nicht, in starker Läder im Heim ist, das Haus ist gespielt. So, dann habe ich von dir und der Frau, wenn du das von dir dein Leben bekommst, deine Familie, wenn du eine Familie hast, wo hast du ein Haus? Hast du das gespielt? Ist deine Familie irgendwo verbunden? oder würdest du sagen, dort hast du ein Neues vor? Dann lebt der Mensch in Ansicher. Können wir leben in Ansicher. Können wir erst einmal in Ansicher, wen es ab, wem es sieht, weil ich dann nicht sehe. Von der hat uns auch viele Menschen lieben. Die lieben nicht, ich kann sagen, nicht bloß wegen Drugs, die lieben nicht wegen Drinken, nicht wie in allerhanden Schwierigkeiten, weil du wie viele Familien von dir lieben willst, die lieben willst, die nicht eine Gemeinschaft haben in der Familie und ihren Unter. Das ist wie viele Familien von dir und ihren lieben willst. Gott sei Dank, dass du vielleicht nicht ein Problem bist mit den Drugs und Drinken. Aber können wir dabei mal sein, dass du das Suffering, dass du das lieben, willst du nicht eng verbunden sein aus der Familie. Und jetzt, wo viele Familien von dir ausstunden sind. Was passiert dann? Das sind ütterlich so, als wenn das Feinluten ist. Aber es ist das Änderlichste dort. Viele Familien sind so, das sind Fein. Aber es ist wirklich Änderlichste dort. Was hast du hier vor, wenn die Familie gespielt ist? Wenn die Familie gespielt ist, dass du nicht grün hast, dann hast du hier vor, dann will wir ein Bild durchbringen, wo du ütterlich sollt schmackluten, dort andere sollen Wunder gelaufen, wo das mit uns ist. Und dann habe ich eine Frau. Für wen trägt diese Familie ab? Für andere Menschen? Für die Kürze? Oder trägt man das ab für den Hörern? Die ihr vorerst in einem gespilderten Hemd, wo das nicht vorstunden ist, wo nicht die Gemeinschaft ist, die ihr vorerst, dass wir keine abtreten wollen für andere. Dass wir eine Familie abtreten, dass die andere sollen sein, das sind Fein. Aber wir wollen die nicht abtreten für den Hörern. Da wo wir viele Leute wollen, die andere erinnern können von anderen Menschen. Wir wollen wollen approved sein von anderen. Und ich denke, wo das ein gespildert haben ist, meistens steht das dort. Wo ein Mensch sich schämen hat mit sich selbst oder mit seiner Familie. Da das du willst, willst du nicht eine feinliche Gemeinschaft unter anderem. unter anderem. Da werden schämen die Menschen sich, manchmal mit sich selbst und mit seiner Familie. Wenn wir eine feinliche Gemeinschaft haben in der Familie, da wollen wir nicht unbedingt gucken, dass die Familie fehlerlos wird. Aber da wird uns das wichtig sein, dass wer ist diese Familie und für wen trage ich das ab. Da wird uns das viel wichtiger sein in der Gemeinschaft oder was andere Dinge über die Fehler wird in der Familie sein. So das ist wichtig dafür, dass wir das klar haben. Und vielleicht wird wir sagen, dass wir alle viel beschäftigt in unserem Leben. Wir haben vielleicht viel gebührt. Was wir bringen dann zum Leben. Was wir bringen dann zum Leben. auf unseren Form. Viele sagen, das haben sie alle gebührt und so wie sie sind gekommen, dass sie durch so einen Tern nach ein Habengut wiedergeben, dass die Kinder und Grauttinger nach oben tern. Aber ein Denk ist vergeten worden. Alles ist gebührt worden. Der Mensch ist zufrieden. Meintlich ist für jeden. Und das ist Familie, Gemeinschaft zu bieten. Wo der Mensch gläufe, das wird von Versalz kommen. Wir sind gebefrieden, wir haben in Kenia und das wird alle von Versalz kommen. Ihr Schwester, ein Lied, ein Freund, das kann man auch sein. Diese Gemeinschaft in der Familie kommt nicht von Versalz. Absolut nicht. Das wird nicht von Versalz kommen. Ich kann Ihnen keine Geschichte vertellen. Es ist gleich, von ungefähr 14 Jahren, dann kann ich mit nach Kanada in der Winterland. Und das wird interessant, das kann ich mir beraten, dass ich in der Züge habe, wenn ich in der Züge habe, wenn ich in der Züge habe, das wird immer werden. Ich habe gesagt, ob die Fährste seid, wenn ich in der Züge habe, wenn ich in der Züge habe, immer bin, dann bin ich ängstlich. Aber das wird eines sie glauben. Die glauben, dass das Familienleben, auch das eure Leben, die glauben, dass es ein Rollercoaster geht ab. Und dann wird das ütfahren, wenn ich nicht habe, am Hexten Hümpel, und dann wird das ütfahren, und dann wird das immer während im Forum bleiben. Weil die Familienleben ist nicht so ein Rollercoaster, weil die einmal auf der Züge fahren, und die Fahrt, wie die Züge fahren. Das ist nicht so das. Aber das wird viele Menschen glauben, das ist was es. Das ist nicht so ein Schwenker gewesen, das ist nicht so bleiben, das ist nicht so nicht so. Das ist viele Lied von der Rollercoaster und das Züge waren Settende und die Settende in der Lüge, das war noch mal weiter gefahren. Und so hat die das von der hat sich gedacht, dass das fängt an, und ist es gefahren, und weißt nicht, was da angekommen. Weil was angekommen ist, wir haben abgeholt, oder vielleicht nicht mal angekommen, mit Gemeinschafts in der Familie, wo wir gedacht haben, wo sie von versaut kommen. Wenn wir nicht waren Gemeinschafts die vor ist, wie die Trennung war, in der Familie, wo wir sollen gefahren mit Sons was. Und das passiert immer, weil es soll gefällt sein, wir wollen uns schuldig, wir wollen das so better sein, und dann proben die Menschen dort gefahren. Wo proben Menschen, wo proben wir gefahren, wenn uns heim gedauelt ist, in der Red du, das gefällt sein. Weil ein denkt ist, wir können Geld anbringen in unsere Familie, wir können unsere Familie mit Geschenken bekämpfen, und ein Soldat war dann stört gedauert, und uns gebrochen Weihnachten dort auch, und Weihnachten ist gekommen, nicht die Gemeinschaft gehabt mit der Familie, aber Weihnachten wollen wir dort nützen, wollen wir mal Fein anköpen, und dann sollen die Kinder sich verbungen feilen, die sollen die Geschenke sind nicht mehr erreich, aber vielmals tun sie dort diesen Space, diesen Rhym sein zu feilen, dass dort sich nur feilen, dann proben wir Geld zu tun. Ich wünsche euch, wir können alle sein, dass ich kann meinen Kind, ich kann meine Familie Geld looten, Geschenke looten, ich kann Dinge tun, was man schön geht, aber nicht diesen Rhym feilen. Ich wünsche es sein, Feilt, in dem Gemeinschaft gebührt. Noch eine Weise, wo wir proben zu feilen, dort ist das vielleicht absteht, und das absteht, passiert so, dort sitzt ein jeselich in der Familie, wo das erst nicht proben den Rhym mit jesel Dingen zu feilen. Aber immer zu alles sein, was geboren wird, was auch fern ist, ob ein Versich ihn zu feilen, den Plot durch, wo du so sein, der Gemeinschaft gekommen sein. Von dem haben wir eine Frau. Als eine Gemeinschaft fern ist, Familie, er meint, er nicht perfekt sein, hier ab Iden. Freier waren es, ein Tag im Himmel zu sein, du wirst perfekt sein. Aber hier ab Iden selber mutig soll sein, haben ein Familien Leben, selber Frau war noch unterschiedlich als eine Familie, selber mutig zu sein, und was never bestunden blieben, wenn du nicht was fern auf Gründ sein. Und das war in vielen Familien von der US. Dort ab einmal dachte ich Juren, dann verbrachte Familie so aus das was verbreitet das. Was ist der Charakter der Gemeinschaft in der Familie? Weil ein ist gute Kommunikation haben, dort reden dann was to what besorgen das haben einer zu den anderen. Wenn ich rede von kommunikation haben, dann rede ich nicht von dem Business Level so wie die wird oder ober wird. Dann rede ich von wo die Familie hat einen Hort einer für den Anderen der ist ein Besorgen ist. Der zweite ist der Feuler mit und ohne mit die Schwierigkeiten haben mit und Familie ist ein Plot wo wir können mit dälen was uns in die Däupel Hort bin lehend hat. Das ist ein Tiet to und der Pied ist für eine Anasarien. Das soll ein Hemd sein. Das ist ein Charakter von der Gemeinschaft und ein Hemd bin. Da hat eine Frau dann. Wo ist das in unsere Heimat an von der ? Habe die gute Kommunikation. Kann wir mit dälen? Es steht wo wir verteilen dälen. Kann wir mit Schwierigkeiten. Kann wir mit anderen dälen? Kann wir mit dälen? Kann wir mit dälen? Es ist ein Platz wo wir uns selbst dälen? Verbringt wir Tiet oder was mit den Tiet haben? Es ist ein Platz in dem wir für einen den anderen Saurien dälen. Gemeinschaft macht Gebiet und Gemeinschaft zu bühen dort ist ein Apfer dort ist ein Hahn geben. So was braucht das dann Gemeinschaft zu bühen? Weil Gemeinschaft in der Familie da meint das da muss ich schaufen da muss bühen das Wort nicht von Versaals kommen das ich soll sehen das Wort brühen das wird immer mehr schaufen dann das brühen dort wie die beiden sieben schaufen Mame und Papa in Tjena dort wir alle teilnehmen an diesem bühen hier haben ein Reich alle an die bühen und sogar man wird viele merken danach haben ein Reich die bühen was hat uns dreht dass wir nicht bühen haben wir gedacht woran bühen nicht weil ein ist woran wir nicht bühen und unsere Familie ist wir haben Fuss an die Vergangenheit und das wo viele Menschen nicht in Gemeinschaft bühen wir als Wort wie als Ende ist die Vergangenheit wichtig das Leben in der Vergangenheit die beschafft sich mit er denken du sie immer an bleiben beschuldigen und wann das nicht passiert wird kann die Vergangenheit nicht losluten haben den Partner die Familie die ver lebst du einmal in der Vergangenheit wir haben alle Vergangenheit wir können die Vergangenheit nicht ändern but what we can do is we can take an a tot kampf but that's what viele Menschen abholen that they would so in Gemeinschaft have but what hält die dann ab weil wann das nicht passiert wird wann nicht passiert war weil das was 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 von anderen can we we can nicht die Vergangenheit change dort ist nicht verbi nicht mal das Schirm merken dort die Vergangenheit nicht kontrollen das und dann waren wir Gemeinschaft Bühnen merkst du die da mit dort wo längst weich ist oder mit wo merkst die dort drückt das nächste ist wo Menschen nicht entscheiden zu vergeben wo wir vor holen wir sind in dieser Welt wo uns we do we sind in dieser Welt wo Probleme sind aber an der Frau ist das da ist vergeben wir in der Entscheidung täglich vergeben viele die kennen nicht das seien die kennen nicht ich habe gesagt okay so die nicht vergeben Kurs da meint dann die Mauer passiert als Jesus am Krieg passiert Jesus am dem Krieg zu den he sedan er vergeben an und sie weiten nicht was sie tun aber viele die hängen holen vor und alle Sachen und vergeben nicht können dabei mal eins sagen was in deiner Familie ist wo wir immer werden von ein den reden nicht los look wo nicht Vergebung ist das Nächste Hingabe wo wir nicht handgeben den anderen und das wurde bräuchten das wenn wir waren bühnen wir bräuchten eine hand gebung dort bräuchten nicht bloß einmal bräuchten mein wach gön dann habe ich nur mein Nächster mein Partner die Familie dann die wir Bät haben wir Bät geben auf und wir sind Wäldens Bitte geben den Unternehmen was mich vielleicht nicht interessiert aber das wird bräuchten das sind wir drei Haupt Dinge wo wir nicht bühnen ein ist Vergangenheit vor zu hören ein ist nicht entschieden zu geben und die nächste ist eine Hingabe wo wir uns handgeben tun eine starke Gemeinschaft in der Familie wo wir dort ab bühnen wir schauen wir an den Prinzipien in der Bibel wo wir noch gön tun Kolosser Kapitel 3 Vers 18 haben die Prinzipien in der Bibel wo wir gön und dort heißt Kolosser 3 18 20 wird es so sein das was brückt das das sagt Jesus das frühe sieht jene man unger dun so aus sich dort im Harn geh in jem man sieht jene frühe gaut sie läuft und nicht harte an kenne jahre und alles jene äldre dort gefällt dem Harn die futter veräuert und verbattert jene kenne nicht dort sind nicht schuchter und mautlos worden so hier haben wir das drühe kenne wo das brücken dort wo wir umfangen dann zu bühen die Bibel sagt dass die früh sollen unger tun sein die man sollen laufen und die kenne sollen jahre drei vier hast ich gesagt und ihr tun sind leuven in gehorchen das wo das brücken dat tem bühen habe hier so in Bibel einer der das schren dat haf sie in gereizt schaff met im bühen haf weit wo das brücken dat tem in hübs bühen polis haf hier abgeschreven haf sag haf ag weit wo dat brücken dat tem bühen and it send diese drei ding unger doan leiven in gehorchen und habe dort und habe alle habe alle mit gekriegen die Frau erst bloß brug ag dort raach sen ag do ag ab dort gehorchen sen ag gehorchen ab dort da ist dann die freu so wat brugt dat nu wieder tem bühen weil tem hübs bühen brugt dat nach meia erst bloß dat gereizt schaft an man in jemund would bühen und die would sagen ich hab all die gereiz schaft nicht hank und du wien ist wichtig wat brugt dat nüten wat van material brugt dat nüten bühen weil we den hübs bühen bühen go an hübs denken an die gemeinschaft in familie bühen we dira mat w go an dink an wo an zeit an tid mat w an dink dat is dat is dat befehl dat dat w dat w an an farm befreien kon dat dink farm befreien gemeinschaft bühen brugt tid kon y dink wofel farm befreien wofel tid wie tobes band den die gemeinschaft von an bühen und do dat jub wie ons jote sein to ons partner w wie sollen dat dat ww wichtig tid via so tid as so sei wichtig in in gemeinschaft to haren means tid as so ost jeld man wud jeld in business ryt nehm oder in form ryt nehm da wud de former or de business man wud seien es twe go an wihel stus nicht meier jeld do das ons ola verständlich nicht so kreikse go das wie jeld brocken down in business so brock wie tid in familie to gemeinschaft bühen da ist ein ding wo so viele menschen von da sagen ich weite do ola das wo das ist wo du nicht tid hast das ist ein von den problem wo viele nicht in der gemeinschaft haben du ist tid to alle andere ding as tid aber nicht mal die familie tid schien so erst nicht tid viele haben gesagt wo kommt es wieder beginnt dann sagen sie wir haben das alle verstanden wir haben viele ungerich gehört dort alle sehr sehr fern bloß durch ein trouble und weißt ihr was der trouble ist wir hatten nicht tid nicht tid beten nicht mal unger und vertellen wir hatten nicht tid hat es beginnt auch so dass die tid schien zu sein knop zu sein das ist was wir seien die knop aber Gott hat uns all die 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 Gemeinschaft sind so das Problem ist bei uns so das ist das erste Wort broken das zweite ist Kommunikation dass wir verteilen sind dass wir uns sprechen können dass wir sind und wir wollen tun das was broken ist dass wir reden können was uns hot ist dass wir reden können was uns an leben und wir sind respektvoll dort braucht gute Kommunikation braucht dort wenn wir denken an viele Familien erklären würden sagen wir haben kommunikation wir können euch verteilen wir sind nicht so viel kritisch wir merken uns den anderen üt wir reichen respektvoll wir sind nicht wir kommen nicht dort so passt das wie sein stelle wenn wir reden in der familie dann wir ein hat sein das wir dann erreich war das wir erreich war kann mein partner meine familie mein hat erreden sein das wir können erreich wo oder ist das hat erreg war wie in vielen familien erst so viel sorry das oja das batter hat unversehrlich hat und die denken sie wollen nicht von irgendwo reden wie es dann wort was oja tos waren und das passte erst wie sie sind bloß sterben das passt erst wir reden nicht von olle hunden denken weil wir bloß reden von ütterlichen Dingen weil bloß mit verteilen von der Stab von Schaf und das verfehle dort geht und in den familien würden kommunikation haben wo wir erregt wo sind wo wir spart voll und wo ich was teat geben mit den nächsten Tote und dort sollen eine Städte sein wo wir uns entscheiden können wenn du nicht hast dann wurde nicht schaff was ist das nächste ist wenn wir uns schatzen in eine familie wir schatzen uns in familie wir ehren uns in familie uns ist die familie wichtig wir haben einen hohen priz auf der familie jeder kennt einen hohen priz wir sind wertvoll in familie wo ist die Familie schatzen ihr alle fehl in june familie sind verschieden die wollen nicht alle sein als daddy die wollen nicht alle sein als mami die wollen verschieden sein die kinder wollen vielleicht ganz andere gut haben als die mom und daddy haben respekt für dort fräbe ans mat wann an die kinder verschieden sein fräbe ans mat wann ans partner eine ganz andere gub hat uns eck und viele familie denken so wenn wir mord dala würden sein dann würde es schön gehen und wir sollen ans mat freien wenn wir sagen an die kinder dass die so verschieden sein Gott hat die verschieden gemerkt und Gott wurde auch broken in diese verschieden hätten dann so wir uns mit freien und wenn wir nicht unerkannte und die kinder verschieden sind dann mit wir in der familie ein kind mit anderen mit dann sagen wir wow das ist so wie das Kind das Kind und das Kind mit 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 uns und wir so dankbar sein dass das Kind verschieden ist bei der andere familie aber wir reten so so er lege und Tina er so nicht top baut reten wir und so wir so verschieden und so leif na so muss unbedingt fern reten und so weißt was die kostet andere Dinge kostet so fern das okay wenn du nicht reten kostet wenn du nicht reten kostet ist dann die leichen wahrscheinlich da fern lehrer sein dann seist dort wollte nicht sein daddy das geht einmal nicht und von der fern lehrerin und seist eine fern lehrerin sie kann das fern erklären so wir sind alle verschieden und sie kennen die sind nicht alle so das accent ab zwei würde die gleich tun vielleicht dass alle mit me top würden schaffen aber alle das würde nicht gut sein ich sind so dankbar dass unsere familie verschieden ist bist du dankbar dass die andere sind ganz verschieden sind von du bist oder wirst diese denken die so sind die waren vielleicht eine ganz andere Arbeit tun was du vielleicht never nicht gedacht hast nicht so wichtig dass wir kennen die Kinder die auch erkannten geben für die gute Gott und gegeben haben was passiert wenn wir das nicht erkannten und uns mit von die verschieden in der Familie das ist wo wir vielleicht wollen kritisieren oder wir wollen Favoritos wissen das was uns beste Kinder sind die Antwort an das beste Kind sind und die Frau kann wieder nennen kommen aber es braucht dass wir als Familie Glück treten und es färfte es noch dass wir Vergebung lernen werden dass wir in der Familie Vergebung lernen werden weil es vergeben ist einfach dass wir kein Fried leben in dieser Welt wo viele Probleme sind von wo sollen die Kinder Vergebung lernen weil die Kinder sollen lernen Vergebung von Mom und Daddy und das Beispiel soll wir wieder gehen so dass Jesus uns vergift haben sollen die Kinder lernen dass Mom und Daddy sich vergeben werden weil Vergebung ist so wichtig dass die Freiheit nicht ganz verbattert wird weil Vergebung ist eine Entscheidung weil alle kommen nicht und deswegen wird viele Hüsa von dir gespielt sind die sind zwei gebraten wie du willst durch eine Papa oder eine Mama wird für so viele Jahre vor geholt und Sachen wird viele Jahre vor und nicht vergeben und du hast ihn never gebet und es sind 20 verbreiteten, dass sie nicht entscheiden, zu vergeben. Wenn wir nicht vergeben, dann, wo wir uns zu trocken, sich zu rachen in ein Dach. Und dort, wo wir uns zu trocken, dort, weil Dollar, rach sind, und dann merken wir, dass Leubertruck mit dem Problem, und es steht dort, wo die Gemeinschaft büren. Wo viele von den Beschuldigen sagen, wenn diese Sache mal johann drei geklärt hat, wenn johann drei mal hat vergeben, dann hat wir uns wiedergekommen an die Familie. Das, was viele Familien sollen auf zwei bringen. Viele. Woher hat das begonnen? Wer hat die mal vergeben? Sind deine Familie dort? Das, yes, meine Familie hat sie vergeben. Aber du willst auch vergeben. Jetzt entscheiden sie sich zu vergeben. Das braucht wir zu lernen. Das braucht wir eine Familie anbringen, die sollen so vergeben, so aus Jesus vergeben. Wenn wir Kolosser Kapitel 3 gehen, dann versträht, dann sagt er, ich verdrehe einer den anderen, vergeben den anderen, wenn wir eine Klärung in den anderen haben, so aus der Herr und vergeben haben, so mag die auch vergeben. Das muss man so deutlich sagen, woher hat der Herr uns vergeben. Und dann hat er das im Himmel anbringen, wo die Vergebung wirklich ist. So dann haben wir hier so viele Dinge, wo das bedeutet, dass deine Familie bewegen. Ich weiß nicht, wie der Grund, wo das ist, und der Grund, wie wir unter uns sind, leben, und wir gehorchen. und dann haben wir von unserer Sicht brauchen das, wir brauchen Tüte zu haben, wir brauchen Kommunikation zu haben, heute, heute, wir brauchen uns viele zu schätzen in der Familie, in Hüben, Priesterarten, den Unterscheid in der Familie erken, und vergeben, in einer, dort wurde es brauchen das. So wer fängt dann an? Und das wird viele Leute sagen, na, das ist gerade, was wir gleichen, das ist über gerade, wo wir gelöst haben, diese Gemeinschaft werden, all das, das haben wir gelöst. Plus kann mein Partner bereden, dass das wird anfangen, aber mein Akk wird all rei sein, dass mein Partner es nicht reiht, meine Familie es nicht reiht, das sind vier jahres, weil mein Partner würde anders sein, dann würde ich anfangen. Weißt ihr, was lieb? Wer fängt an, die Gemeinschaft zu büren, zwischen den Fuhren und uns? Seht den Fuhren, wenn ich anfangen, dann war ich auch. Früh ne ist du noch. Oder wer fängt an? Was du anfangen ? da? Jesus kam von Himmel und er fängt an. Der Fuhre, der schick den Seen, den Umfang zu mehr und Gemeinschaft büren. Der wurde am Christ starf für mich und die. Der wurde am Himmel wie, er kam rauf. Und er sagt, sie gesonnen als er gesonnen ist. Und das wurde broken da, wir sollen gesonnen sein, so steht in Philippa schrieben das, 2, 5, das sagt, sie sind so gesonnen sein, als Christus Jesus selbst wir. Und wo er gesonnen? Er soll gesonnen, dass er sich einfach interessiert für uns. Er interessiert sich nicht bloß für sich selbst, aber er interessiert sich für den Nächsten und er kommt vom Himmel rauf, trugt sich aus Gott sein und kommt auf diesem Ehe aus Menschen gestaltet und wird der Gemeinschaft sein. Und das ist das Gemeinschaft sein zwischen uns und den Fohren das kostet. Und das ist was wir denken, das wird im Sonn sein. In dieser Welt ist absolut nichts nicht im Sonn Absolut nicht. Na ihr wollen ein Dach befreien, vielleicht sind ihr so ne man dich befreien, und das möchte Ihnen sagen, Gemeinschaft in Dün Heim wird nicht von versaut kommen, das ist nicht im Sonn das kostet das kostet Dach haben, können Gemeinschaft haben mit dem Fohrer. Aber Schoenbohr denkt wie so, wenn mein Partner anfangen, meine Familie anfangen, dann würde ich das tun. Und könnt ihr sagen, ich nicht dass jemand anfangen wird. Ich will anfangen mit Gemeinschaft zu in der Familie. Ich will anfangen. Woran? Willst das Bisch sein, dass Jesus Christus selbst wird? Wo soll ich sein, dass Jesus Christus selbst wird? Wer Jesus ist für mein Leben? Jesus in mein Leben sein? Er kann sein, wo Jesus sein, Ich weiß, dass jemand sagt, wenn jemand soll sein, dass er ist, er lässt sich so sein, dass ich so sein, dass sie eine Person. Und hier soll sein, dass Jesus selbst ist, so soll sein, und am der Gemeinschaft zu beenden. Und das wurde broken. Das wurde broken, dass wir den ersten Stolten nehmen, und vergeben, und vergeben, dass ich vergeben, und das war so da, und ich will mich verdäumt dir und du teilt. Und Jesus lehrte am Kreuz, also Gott ist ein Mann, der hat am Kreuz genäht, er sagt, dass die Mann auch eine Gemeinschaft haben, mit den Führer, dann er ist der Führer für Jaffer, dann weiß gar nicht, was sie tun. Jesus, wie du noch am Kreuz bedürt am du, wenn sie wollen Gemeinschaft haben mit ihm. Ich habe dort gesagt, wir sollen so gesonnen sein, als Jesus Christus selbst wir, dann wo wir bedürt sind, am Gemeinschaft im Heim werden. Und diese Gemeinschaft im Heim werden nicht wie unsere Familie perfekt ist, sondern wie verbunden wir sind. Und in was wollen wir sein? In was sein wir dort? Eine Gaudere Gemeinschaft in der Familie ist, gehen sie dich vertrühren einer den anderen. Das ist Gaudere Gemeinschaft. Wo wir uns einer den anderen vertrühren können. Wo wir denken, mit zu sagen, das ist ein sicherer Platz im Heim werden. Ich vertrüh mit zu tun, wo ihr nicht kritisiert wurde, wo ihr nicht vor Üt gegründet kriegen. Das ist, wo vertrühren es. Was ist das Nächste? Das ist, wo wir einer für den anderen einstuhnen tun. So als Jesus steht ein für dich, der am hat noch kritisiert genäht. Wir wollen auch sagen, wir wollen einstuhnen und abstuhnen für wem? Für uns Nächsten in der Familie. Wir wollen uns genzüglich ermutigen. Uns wird wichtig sein, wenn jemand ermutig ist in der Familie. Und wir wollen uns motospringen. Und auch das Nächste ist, wir wollen uns jenseitig läden, wir wollen uns führen, wir wollen vielleicht sein, einer andere kämpft auf, wir wollen in Horthand abstuhnen, einer für den anderen Maut geben, und danach einen anderen läden, rot geben, wir entfernen uns selber nicht, wir kommen auf. Das soll in der Familie sein. In der Familie wird vorstuhnen das, das Antisiphone denkt, vertrauen, abstuhnen einer für den anderen, ermutigen, in einer den anderen Läden. Das wird in deine Familie werden. Konnte deine Familie sich von dir freien, und denken so, ich freu mich, war das in der Gemeinschaft lehnen, ich freu mich, war das für Mom und Dad, für die Schwester doa, dort ist nicht das, wo ich Maut kriegen da, weil ihr so viel von der sich raam, und die seht nur die Gemeinschaft, die seht sich nur special friend, man auch kaut haben, Mom and Dad, dort uns haben es, und wo unsere Kinder seht, hey, wo war das eine Hüse, weil du war safe, du war abgebüht, du sind nicht immer lade, was in Phile immer passiert, wo junge Menschen Kinder seht, es nicht eine Hüse vor, das scheint mir so schwierig, du war da durch gebrannt, du war so so üt, so gedraint sein. Und du krieg war alle hat und war immer geshaffelt. Weißt du was Lied? Ein Hüse soll der Sechra Plot sein. Was Hüse soll nicht sein ein Schof für diese Welt, direkt weil diese Welt wiesen wo perfect das ist. Viele Familien haben sich all meiden Drock gemerkt um zu wissen wo perfect das haben wir. Weißt ihr was wir ? Dass wir in Puzzles was du keine Haul hat dort verschär Luther in Ola hat wir gar nicht so hat so ein Lever in Hem wo du lang nicht perfect hast wo du vielleicht nach irgendeine Diskudierung hast dort ist viel besser über die Puzzles der belieben taub als der enge Gemeinschaft wo du so hast so nicht eine Frau von der schämst dich mit deiner Familie oder mit dir selbst wo Gemeinschaft wo viele sich das vernehmert drauf merken da weit was die andere Dinge über uns das andere Kinder sind und das wir sind weit was die gedacht über uns die waren auch andere Kinder haben die waren auch anders haben ich denke ein mal so wie weit du wot you know like wuner wot et hier perfect sein wuner kicken da hast hast du vertrie stuh hier und da wir uns lehnen ein anderen und dort ist wichtig das würde Menschen nur anderen finden das würde ein larges Leben ist wenn wir nicht wollen in Gemeinschaft leben dann wir eine Gemeinschaft haben und wir können vielleicht eine ganz andere Gemeinschaft sein deswegen wird viele Heimat verbrechen sein wenn du wirst beteknen und verglichen mit einer Gemeinschaft wort wir stufen da sind wo es ist das luten es ist gedauld wenn es gedauld ist dass keine Sache hat wo die Kinder gehen und die Mame er sieht und wenn die Nachworte passieren wird nicht gute Gemeinschaft ist wo das so gedauld ist für Sache Nummer ein Plüter die Plüter die Plüter die vielmals was die sagt oh ja an ich bekomme was wenn bloß die Plüter die sich abheben und alles gefickst sind weil die Plüter die Frucht von gedauld der himmel das was du hast man jön heim wenn die nicht up sind und jön aus mam daddy und king wenn du plüter sind und man so viel durch eine Späulung zwischen das wird Satan braucht wenn er sieht sich dann gut mame oder dad und diese king befrieren sich und wurde von Gründ geliebt allein in er heim wo wurde er Familien um fangen und die Schwester wie sollen das klo haben so eine gemeinschaft als mom und daddy haben sollen vielleicht auch anfangen oder was von badem worden die anfangen und badem wird ganz zampig und weiten nicht wo die Sache gehören ist Isaac und Rebecca sie hatten Lieblings king Rebecca hat Jacob und Isaac hat Isaac und sie hatten Lieblings king und they had been in so a fair grün gehört fahre Gemeinschaft in der Familie und vielleicht hast du du weh nicht aber think erst von er ist nicht to l von er kann wir in fahre Gemeinschaft anfangen wenn wir in fahre Gemeinschaft am heim anfangen warte du nacht teilt rei und dann war dort nicht von wo die kohre wir sind dann wir Familie in eine Familie sind und das wird ein großer struggle die würde eine fahre Gemeinschaft haben wann wir würden alle eine kohre sein dann joh dann wo die Fans sind dort mich über so verdorben dort nicht ist ich denke es dort so flach dort so lecker gedacht eine Familie wird eine Gemeinschaft haben kann von verschiedenen Kör in taub kommen die kann die Bibel lesen die kann beten taub die kann sing taub die kann eine Gäsel die unter holl haben haben nicht mit Tore haben der reichte Grund was wir gelacht haben und eine fern Gemeinschaft haben wenn du willst an das denken dann was denkt die du immer als Gemeinschaft fern wenn die Kinder verschieden sein das ist ein Satz wo man geht kommt auf geht und dort sein sei gemütig keine jessige Unterholung kann oder ist dort in Jereeve wo du in Jereeve hast weißt wo das in ein gedauldet heim das wo du in Jereeve hast Gott sei dank dass wir kein Gott tun Gott sei dank dass heute kann den Umfang Gemeinschaft führen und weiß was muss sich interessieren für uns den Himmel verlassen geben sich an und am kostet sie bloß am kostet seine Vergebung weißt man wie das war noch und dort wir eine Vergebung in unsere Familie haben dort wir eine Gemeinschaft haben das was mein Gebet hat für uns alle Gott sei Dank wenn du eine Gemeinschaft in deine Familie hast was du nicht dankbar dass deine Familie kostet top kom was die kostet ich stelle mich nicht schwer dass du sei dankbar und Gott sei Dank und von dem ich ein Gebet habe von dem vielleicht nicht dankbar ist vielleicht problemhaft bei dem hat und wenn Gott sehen und nicht zu gucken was wir in Bild bringen wo unsere Familie will sein das hat schein mit der Familie wieder wieder leben wo du hast auch gefangen her du möcht wieder unsere Familie rührt bringen was meine eine gemeinschaft haben weil wir alle verschieden sind her ich danke dir für so viele familias die die haben ich bete von dir auch für familias die in einem kauf sein die du seken und die du leiden will sein nicht eine gemeinschaft haben her ich bete von dir wo immer wir taub kommen dann aus familias dort ans hoppunkt wird sein als Gemeinschaft in Familie mit der Gemeinschaft mit dir her ich danke dir und freue um deinen Sehen in deinen Namen Amen